ARMY-NACOI 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 Hallo und herzlich willkommen auf meinem Youtube-Kanal Bleibt da genau so für den Neuer Teil Fail-Off Hier direkt schon Sie haben ihre Versuche den Behälter Sie haben eingestellt Die Gegner der den Behälter Die Gegner der den Behälter Nein Ich habe Keine Ich habe keine Milizierung mehr Da will ich auf dem Fall auch Der hat noch einen linnen Hehehehehehehehe Warum? Erklärt mir das bitte einer? ja warum klappt das jetzt so und er hat zwei gegner waren bis schnäke also weil du nicht mal das merkst wir krass alter er hat trotzdem gepist wie sonst was ja weil du die ganze zeit im auto und ich hab null interessiert nee ich saß nämlich heute nicht im auto glaub ich dir nicht dass ich da irgendwas mit dem knie gehabt dass du nicht rauskommst komm Hose fühlen die ist nass ich komm gar nicht frei komm Hose fühlen die ist nass aber ich bin bestimmt oft nass was du hast mich durchgedrückt und Tim weitergefallen äh schrutschen war bei dir scheiße ehrlich ja ich weiß alter das war der letzte schuss gescheitert ja gut René das war die letzte Kugel aber Lukas check ja der ist unsichtbar hä ey Leute der ist unsichtbar die Tiernamen aber das wär auch geil aber 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 ja ich die liebeste hat du wooo halt den Schnauze öfter wooo 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 im rega und du mein Vielen Dank.